Was wichtig ist und wem man alles kennt. Ich kenn die Regeln, ich beherrsch das Spiel, doch all das Wissen nützlich bin. Was wirklich wichtig ist, weiß ich erst heut. Was wichtig ist, es ist nicht was du machst. Was, ich komm dein Leben an der Leut, was. Ich bin vor keinem Tag zurück gescheut, doch habe ich auch nichts bereut, was wirklich wichtig ist, weiß ich erst heut. Ich wollte mehr, was es auch war, dein Stern war zu fern für mich. Jetzt steh ich da, fühle ganz klar, all das ist nichts wert ohne dich. Ich dachte, es wäre wichtig, frei zu sein. Ich dachte, dass ich glücklich bin allein. Und so kommt mir, seit ich mich verlor, mein Leben wie ein Gehr zuvor. Was wirklich wichtig ist, weiß ich erst heut. Katrin Hasen etwa Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020